Mit zunehmender Komplexität der Produktionsprozesse, höheren Produktvariationen und kleineren Losgrößen wird der Bedarf an erhöhter Prozesssicherheit, Flexibilität und Transparenz immer dringender. ELAM Solutions hilft Ihnen, diese Komplexität zu bewältigen. Alles ist möglich. Von der Entwicklung intelligenter Montageabläufe und der nahtlosen Integration von smarten Geräten einer Produktionsfläche bis hin zur richtigen Informationsversorgung Ihrer Mitarbeiter und der Herstellung von Produkten mit konstant hoher Qualität. Unsere Lösung wurde mit Blick auf eine benutzerfreundliche Funktionalität konzipiert, sodass die Erstellung von Arbeitsanweisungen und Abläufen es letztendlich einfach macht. Digitale Geräte können einfach an das System angeschlossen werden, sodass die Automatisierung, Gestaltung und Änderung von Montageabläufen wesentlich einfacher umgesetzt wird. Ein weiterer Vorteil. Sie können Ihre Arbeitsabläufe von jedem beliebigen Standort aus ändern und sie einheitlich auf alle Arbeitsplätze oder Produktionslinien ausweiten. Maximale Flexibilität, absolute Sicherheit. So wird sichergestellt, dass beste Praktiken in Ihrem gesamten Betrieb einheitlich angewendet werden, indem das Fehlerrisiko minimiert und der Weg für konsistente Ergebnisse bei jedem Auftrag geebnet wird. Wenn es um Ihre Arbeitskräfte geht, bietet unsere Lösung benutzerfreundliche, intelligente Arbeitsanweisungen, aktuelle Zeichnungen und Checklisten, jederzeit und überall Zugang auf jedem Gerät, das Ihren Produktionsanforderungen entspricht. Mit Elam Solutions versetzen Sie Ihre Mitarbeiter in die Lage, jedes Produkt sicher zu montieren, unabhängig von Losgröße, Komplexität oder Variationen. Durch den digitalen Wandel in Ihrem Betrieb werden Sie von weiteren Vorteilen profitieren. Alle erstellten Daten werden in Echtzeit erfasst und gespeichert, so dass Sie Verbesserungspotenziale, wie zum Beispiel die Durchlaufzeiten, erkennen können. Maximale Flexibilität durch Anpassung der Produktionsfläche und Umwandlung von Einzelarbeitsplätzen in einteilige Fließlinien zur Aufnahme neuer Produkte oder höherer Stückzahlen. Sind Sie bereit, Ihre Durchlaufzeiten zu optimieren, Ihre Produktqualität zu verbessern und Ihre Produktivität zu steigern? Unsere Lösungen können Ihnen helfen, all diese Ziele zu erreichen.